Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Mittlerweile sind wir im Frühling des ersten Jahres, Tag Nummer 8. Im letzten Part haben wir das Community-Sender freigeschaltet. Da hat uns der gute Zauberer beigeholfen. Ich will jedes Mal den Fernseh mitnehmen, ist ja schlimm. Der Wetterreport. Was sagt uns denn das Wetter morgen? Es wird morgen ein schöner, sonniger Tag. Oh, was haben wir hier? Ich dachte, ich hätte jetzt gerade irgendwas komisches gesehen. Naja, ist ja nicht schlimm. Dann der Wahrsager. Bla bla bla. Das hatten wir doch damals schon. Die Geister fühlen sich heute neutral. Der Tag ist in deinen Händen. Dann das hier. Willkommen zu Living of the Land. Wir sind zurück mit einem neuen Tipp für euch alle. Hört bitte gut zu. Lasst uns über, ich glaube, Zäune reden. Zäune sind nützlich, um Gras zurückzuhalten und eure Pflanzen, also eure Aussaaten zu beschützen. Ähm, außerdem lassen sie den Farmer, äh, boah, keine Ahnung, irgendwas lassen die den Farmer. Äh, Fences gehen nach, also Zäune gehen nach einer Weile kaputt, aber Steine, Eisen und hartes Holz, äh, oder, oder dieses, dieses, ähm, Ähm, was wir vor uns gesehen haben, was wir vor uns gesehen haben, was wirklich wie so ein Holzstamm aussah. Äh, äh, die Zäune daraus halten etwas länger als, äh, die Grund, als aus dieses Grundholz. Ja, also das heißt, wenn wir craften, was wir ja hier haben, das sind ja hier diese normalen Fences, ach nee, das ist ein Gate, aber das sind die normalen Fences, also die Zäune, könnten wir machen. Das Holz will ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht, äh, ja, jetzt verschwenden dafür. Wir könnten auch Wild Seeds machen, aber wie ihr seht, wir bräuchten dafür eine ganze Dandelion und Liegen, Daphodil und ein Horseradish, will ich jetzt ungern dafür verwenden. So, dann haben wir hier noch so, ähm, Fade, mache ich später mal, ist jetzt noch nicht so das, was ich vorhabe. Das mit dem, mit der Kohle ärgert mich noch ein bisschen, muss ich sagen, aber ansonsten, ist es halt so. Ah, du Arschviech, geh weg. Ich hab noch keine Kohle. Ach, Mistvieh. Unglaublich. Das Ding ist schon vier Tage hier draußen oder so. Dann kommt das blöde Viech und, ach, äh. Könnte ich mich total jetzt gerade drüber aufregen. Das ist das erste Mal, dass so eine blöde Krähe kam. Ich brauch Kohle. Wo krieg ich Kohle her? Ich brauch Kohle. Und ich, boah, Himmel, dieses dämliche Mistvieh. Ich könnte mich gerade so drüber aufregen. Meine schöne Bohne. Jeden Tag renne ich zu diesem blöden Habe. Äh, hieß er Habe? Ich weiß es nicht. Nee, Pierre meine ich. Äh, und, und kaufe hier so ein, so ein, so eine Bohnenstange. Der wird doch denken, ich bin bescheuert oder so. Äh, äh. Da haben wir wieder eine Blümchen. Diese dämliche, ach, ich meine, ein bisschen niedlich sah sie ja schon aus. Aber trotzdem, diese dämliche Krähe. Hm. Wie kann sie nur? Wie kann sie nur? Ach, bis zum 10. Kauf ich auf jeden Fall mal noch so Kram. Aber danach bringt es nichts mehr. So am Mittwoch hat Vincent Geburtstag. Sollten wir uns vielleicht... Oh, ist noch nicht offen. Sollten wir uns vielleicht merken. Moment, wer bist du? Shane. Ich weiß nicht, warum... Äh, ich kenn dich nicht. Wieso redest du mit mir? Wie nett. Und Gas. Hey, Farmer. Ähm. Ich bin, äh, den einen Tag bei Pierre geblieben und hab einen Sepp gekauft. Äh, das ist das erste Mal, dass ich... Äh, es ist das erste Mal, dass ich, äh, etwas bei dem für eine Weile... Also, dass ich das für eine Weile bei ihm gesehen habe. Ach so. Ah, man kann das Sepp verkochen. Ich hab das, äh, letzte Nacht als Essen gekocht. Und es hat das Haus mit einem... Wofür, Sickening? Keine Ahnung, das war bestimmt ein Fehler. Da sollte wahrscheinlich noch was kommen. Aber gut. Komm. Was, du kannst schon rein? Ich kann noch nicht. Jetzt. So, ich hätt gern nochmal so ein Bohnending. Frag mich nicht, wieso. Tu es einfach. Ach so, krieg ich denn bei ihm denn vielleicht so Kram wie Kohle und sowas? Nee, leider nicht. Schade. Na gut. Ach, hier ist eine Eule dran, seh ich grad, wie süß. Ich hab ein absolutes Faible für Eulen. Okay, erst mal Gedanken wieder sammeln. Was haben wir heute vor? Wir wollen ins Community Center. Diese Krähe hat mich jetzt total aus dem Konzept gebracht. Da ist doch das Community Center so. Na, geh rein. So, und die Schriftrolle war hier ganz links. Okay. Und zwar brauchen wir eine Daphodil, ein Leak, ein Wild Horse Radish und eine Dandelion. Wir haben das Bundle completed, also dieses Set komplettiert und bekommen ein Reward, also eine Belohnung. Wir bekommen Spring Seeds dafür, 30 Stück. Und ich bin mir grad unsicher, wofür das war. Also was das für Saat war. Ach, guckt mal da, rechts an der Seite. Der schleppt irgendwas weg. Das ist bestimmt das Bundle, was ich ihm gegeben hab. So, dadurch, dass wir das jetzt hier abgeschlossen haben, haben sich neue Sachen geöffnet. Kann ich euch mal kurz zeigen. Beziehungsweise wartet man Sekunde. So, entschuldigt. Ich hab tatsächlich vergessen, auf die Uhr zu schauen, damit der Part nicht so mega super mega lang wird. So. Wir haben jetzt hier bei Pantry, ich weiß nicht, was das bedeutet, haben wir wieder Sachen. Ähm, und zwar geht's jetzt hier nur um Crops. Das heißt, wir müssten Parsnip ernten, wir müssten grüne Bohnen ernten, Blumenkohl und Kartoffel. Ähm, das werde ich nächstes Jahr erst angehen, weil wir es einfach zu spät jetzt, ähm, angefangen haben. Obwohl, ich kann eigentlich, wenn ich mir das mal merke. Also ein Parsnip, eine Bohne krieg ich ja jetzt bald, Blumenkohl und Kartoffel. Wenn ich mich beeile und das jetzt noch kaufe, müsste es doch eigentlich funktionieren. So, dann hatten wir hier drüben noch was. Ja gut, das sind dann jetzt so Sachen. Das ist jetzt wirklich nur zum Angeln. Also da kann man dann, diese verschiedenen Fische, die müssen dann hier mit reingebracht werden. Äh, hab ich jetzt leider noch nicht. Gar nicht. Also wirklich absolut nicht. Ah, schön. Night Fishing Bundle. Also das kriegt man wahrscheinlich nur in der Nacht. Das sind nur Krabben. Oh, da, ah, da kann ich eins von denen reinmachen. Ich brauche nur fünf Stück. Das hatte ich schon, glaube ich. Äh, und das glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich hatte auf jeden Fall zwei von den Sachen. Dann, das hatte ich noch nicht. Specialty Fish Bundle. Kein Plan, wo ich die herkriege. Da muss ich wahrscheinlich eh vom Level höher sein. Ich denke, nee, obwohl, ich werde euch schon mit dabei behalten. Ich wollte gerade sagen, ich denke, ich werde mal einen Tag opfern, außerhalb der Aufnahme und werde mal nur angeln gehen oder so. Das ist ja für euch nichts Interessantes. Ich bin da am Fählen, am Rumprobieren, am Machen. Das bringt euch so gesehen nichts. Aber ich kann dann unseren Skill mal ein bisschen hochtreiben. Aber ich denke, das mache ich mal nebenbei immer mal so ein bisschen. So, Bienen haben wir. Ein paar Snipp können wir uns holen. Ach scheiße, wir sind ja bald voll. Aber ich könnte die Sachen hier theoretisch verkaufen. Wir bräuchten ein Blumenkohl und eine Potato noch. Das braucht zwölf Tage. Das wird knapp, wird aber funktionieren. Das braucht sechs Tage. Ja, ich werde den Kram jetzt hier mal verkaufen. Das noch. Dafür holen wir uns das. Und eine Potato. So. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein paar Felder anlegen, weil ich ja jetzt auch diese Samen bekommen habe. Die will ich jetzt eigentlich auch noch einsetzen. Das heißt, die nächsten Tage wird sehr anstrengend werden, was das Ernten angeht. Und ich weiß auch nicht, was hier rauskommt. Wild Spring Seeds. Wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die ich sonst eh nur, äh, eh in Dingens finden kann. Also unterwegs. Moment, bin ich hier. Ja doch, das ist das Richtige. Das, das, das. So. Dadurch habe ich, äh, also ich setze das hier direkt mal an. Blumenkohl. Und das. Und dann die hier. So. Wenn ihr übrigens die Maustaste gedrückt haltet, braucht ihr nicht immer klicken. Ist auch ganz praktisch. So, dann. Ach ja, genau. Unsere eine Bohne wollten wir noch mit einsetzen. Ah, nicht reingehen. Ich habe immer das Verlangen, dann drinnen, von drinnen zu, äh, machen. So. Wie viel haben wir denn noch? 25. Das sind, na? Wieso machst du denn dort nicht? Ja, das setze ich gleich nochmal woanders ein. Ah, aber Gott sei Dank weiß ich ja jetzt mittlerweile, dass ich das damit wieder wegmachen kann. Das sind dann auf jeden Fall mal 18 Felder. Oh, schon wieder. So. Weg. Und setze ich hier nochmal ein neuner Feld an. Ja, muss ich dann gleich wieder einsetzen. Aber wie gesagt, ich brauche den Platz jetzt gerade mal. Ah, ne, das nicht. So. Wie gesagt, hier könnt ihr auch, äh, gedrückt halten. So. Dann noch gießen. Naja, das wird eh gleich meckern, dass es leer ist. Deswegen gehe ich schon mal nachfüllen. Und weiter gießen. Okay. So, die Sachen, die brauchen ja maximal jetzt zwölf Tage. Das heißt, am 20. des Monats ist das auch fertig. Dann kann ich das nächste Bundle machen. Das werde ich dann aber, ähm, äh, äh, nicht aussetzen, die Belohnung, die ich bekomme. Weil das dann einfach zu wenig Zeit ist, bis der Frühling vorbei ist. Weil sobald der Frühling vorbei ist und, äh, hier ging es doch gerade noch. Äh, der Frühling vorbei ist und ich noch Saat draußen habe, gehen die zugrunde. Also die sind dann kaputt. Die kann man dann nicht mehr benutzen. Okay. Das hätten wir auf jeden Fall. Jetzt gucken wir uns mal das Journal noch an, um zu wissen, was wir eigentlich machen sollen. Wir sollen, oh. Wir sollen die vier Schleime killen. Ich werde mal gerade ganz schnell noch hingehen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch schaffe. Es ist schon echt spät. Aber ich habe da nicht mehr dran gedacht. Wobei, wenn das echt nur noch ein Tag ist, das ist ja dann heute. Oh, ich hasse das, wenn ich Quests nicht abschließen kann. Es ist ja auch echt doof, dass man nur so wenig Zeit hat. Wenn es drei Tage wären oder vier Tage, wäre viel besser. Ach, scheiße, nein, ich kann auch nicht. Ich habe viel zu wenig Energie, sehe ich gerade. Also ich hoffe, dass es morgen noch da ist. Ansonsten, ich würde es heute wahrscheinlich eh nicht schaffen, das abzuschließen. Gut, dann Delion kann ich ja jetzt verkaufen. Wobei ich die vielleicht aufhebe, wenn ich die Quest wirklich am nächsten Tag noch machen kann. So. Blume, nix. Leider auch keine Würmer hier. Aber ich könnte mal oberhalb der Stadt schauen. Gehen wir da gerade mal hin. Hier oberhalb der Stadt sind nämlich auch immer sehr viele Gemüsesorten. So. Wenn sie denn mal da sind. Da ist zum Beispiel was. Holst du dir. So. Da ist noch was. Also das sollte man wirklich nutzen, dass man hier unterwegs solche Sachen noch findet. Es ist einfach total praktisch, wenn man nebenbei noch Geld verdienen kann, während man auf seine Ernte wartet. Und es levelt ja auch. Also es ist wirklich gut, wenn man das macht. So, hier haben wir aber sonst nichts. Ja gut, wir haben ja jetzt auch spät genug. Ich denke mal, wir gehen mal ins Bettchen. Wir müssen morgen auch wieder eine Menge gießen. Gleich mal nachfüllen zur Sicherheit. Und ach, ich muss irgendwie gucken, wie ich das mit der Kohle hinbekomme, dass ich Kohle irgendwo herkriege. Es ärgert mich wirklich ganz schön, dass ich eine Saat verloren habe. Und das Problem ist, jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich ausgesät habe. Wenn jetzt die Krähe nochmal kommt und mir von dem fällt, was wegklaut, weiß ich nicht, was es war. Also zwangsläufig würde es dann wahrscheinlich eh so laufen, dass ich alle vier nochmal nachkaufe. So. Machen wir das hier mal noch kaputt. Wo habe ich meine Axt? Da. Ne, das ist nicht meine Axt. Meine Axt habe ich wahrscheinlich in der Kiste drin. Spring Onion, grüne Algen, Axt. So, und das könnte ich eigentlich... Ah, ich lasse es erst mal. So. Die meisten Sachen will ich mal noch aufheben, gerade wegen diesen Bundledingern. So, die letzte Energie noch leer machen. Wenn ich so viele Sachen ausgesät habe, ist mir so ein... Ähm... Ja, so ein Regentag echt mal lieb. Damit ich dann mehr Zeit habe, um andere Sachen zu machen. Ah, shit, ja, ich bin K.O. Wie sieht's aus? Neun. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Okay. Jetzt laufen wir natürlich langsamer. Wir sind jetzt K.O. Ich glaube, wenn ich jetzt hier noch weitermachen würde, irgendwann... Ich weiß nicht wie viel, äh, würde ich ohnmächtig werden. So. Ab ins Bettchen. Und gute Nacht. Wir sind jetzt Level 2 beim Forging. Äh, die Axt, äh, Axt, Stärke, wie so auch immer, ist jetzt, ähm, höher gegangen und wir können einen Survival-Burger kochen, wenn wir eine Küche hätten. So. Wollen wir hoffen, dass keine bösen Krähen draußen waren? Der Wetterreport. So. Ah, sehr schön. Morgen regnet's. Genau wie gerufen. Hm, 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 hm. So. Geister fühlen sich neutral. Welches? Okay, sehr gut, sehr gut. Und wir haben einen Brief bekommen. Liebe Farmerin Alisan, ich möchte mich dafür entschuldigen, äh, dass ich über dein Großvater, äh, dass über das alte Haus deines Großvaters gescherzt habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist wirklich ein kleines, schönes Haus. Wie auch immer, ähm, du brauchst vielleicht irgendeines Tages mehr Platz. Da kann ich dir dabei helfen. Ähm, wenn du mir, äh, roh, also so ein paar Rohmaterialien bringst und, äh, eine Gebühr bezahlst, kann ich dein Haus vergrößern. Äh, die erste Expansion, also die erste Vergrößerung umfasst eine Küche. Äh, ja, Punkt. Umfasst eine Küche. Mit einer Küche kannst du, äh, einige Kochrezepte, die du bis dahin gelernt hast, nachkochen. Wie auch immer, ich hoffe, du hattest einen guten Start in deinem, äh, achso, ich hoffe, du fühlst dich mittlerweile zu Hause in Stardew Valley. Deine, local, Schreinerin, Schreiner, ich glaube, es ist ein Schreiner. Robin, ja, so, schön, schön. Ja, ich habe das jetzt nicht als Beleidigung gesehen, dass sie da irgendwie was gesagt oder gescherzt hat oder so. Deswegen, sie soll sich mal keinen Kopf machen. So, das noch schön. Es wird ja auch bald mal soweit sein. Ich weiß gar nicht, wann hatte ich die eingesetzt, vor vier, fünf Tagen, dass ich in fünf Tagen das erste Mal ernten kann. Natürlich nicht alles, aber, ja, so Stück für Stück. Ja, am liebsten, was zur Hölle? Achso, nee, da war ja nichts mehr. Am liebsten wäre mir, ja, damit es schön aussieht, so kurz, so. Wäre mir, dass ich, ähm, oh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, genau, dass die ganzen Saaten auf einmal kommen, also wirklich alle gleichzeitig. Schaffe ich jetzt natürlich nicht dadurch, dass ich, äh, teilweise Sachen erst später anpflanzen konnte, beziehungsweise mir die dumme Krähe was geklaut hat und ich da erst später neu angepflanzt habe. Ähm, aber, ja, ich meine, Hauptsache ernte und ich hoffe, das geht gut. Ich muss hier echt bald eine Vogelscheuche hinbauen. Aber wie es schon erwähnt, ich brauche ganz dringend ein wenig, äh, Kohle. Ich denke aber mal, dass ich das im, in diesem Dungeon unten finden kann. So, Steine nehme ich mal noch mit, das finde ich ja auch da unten. Das brauche ich, das brauche ich, die mache ich weg, die mache ich weg, die mache ich weg. Ähm, ja, das ist in Ordnung, so. Gehen wir doch nochmal in. Ach shit, Moment, fällt mir gerade noch was ein. Gehen wir nochmal in die Mine, wollte ich sagen, aber, ich nehme ein bisschen was mit. So, 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 so. Joa, ist eigentlich soweit in Ordnung. Das mache ich nochmal weg am besten. Okay. So, wie sieht es denn überhaupt aus? Äh, Foraging 2, okay. Und hier? Ja, die Quest ist nämlich jetzt weg. Schade, schade. Naja, ist ja nicht schlimm. Äh, ich werde aber trotzdem mal die 10 Slimes killen. Soll ich ja machen. Und ich brauche ja außerdem noch die Copper Oars, damit ich so ein Copper Bar machen kann. Und wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht sogar ein, ähm, ein, äh, Kohle Stück oder so. So, jetzt haben wir natürlich nicht mehr so super viel Zeit, aber wesentlich mehr Zeit als beim letzten Mal. Da sind wir ja, glaube ich, erst 12 Uhr hin. Morgen regnet es auch. Da könnte ich mich eigentlich auch nochmal den Minern widmen. So lange, bis wir die 10 Slimes fertig haben. Ich habe auf jeden Fall, was ihr auch immer bedenken müsst, so ein paar Sachen mitgenommen, damit ich unterwegs was essen kann. Denn, äh, es ist schade, wenn man vielleicht gerade schön weit kommt, man aber dann plötzlich nicht weitermachen kann, weil man keine Energie oder Gesundheit mehr hat. So, und hier rein. Das Erste, was ich natürlich mache, ich gehe nicht hier runter, sondern ich gehe hier hin, in Etage 5. Uh, direkt mal die Waffe nehmen. Sicher ist sicher. Da haben wir Slimes. Oh, so viel auf einmal will ich eigentlich nicht unbedingt. So, Nummer 1. Ei, ei, ei. Also es ist, so wie es aussieht, irgendwie besser, wenn die seitlich von einem stehen. Aber, okay. Lars, spring mich nicht so an. Ich weiß jetzt nicht so genau, was dieses Slime-Dingens macht. Ich glaube, dadurch kann ich mich einfach nur langsamer bewegen. So. Achso, links oben in der Ecke seht ihr auch, in welcher Etage wir uns befinden. Das kann man dann immer schön nachvollziehen, wo man gerade ist, falls man mal irgendwie nicht mitgezählt hat. Was man ja in dem Sinne dann auch gar nicht mehr braucht. So. Oh nein, ich dachte, ich hätte Kohle gefunden. So, gehen wir mal hier runter. Hier haben wir wieder Copper Oars. Sollten wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Oh, wir können hier runter. Sehr schön. Was haben wir hier? Okay, aber wir haben hier noch einen Slime, den will ich mir natürlich holen. Wieso habe ich hier eigentlich einen Set bekommen? Oh. Eine Alge? Echt? Die Alge ist natürlich schon nicht schlecht. Ich glaube, das Sepp werde ich mal wegschmeißen. Die Alge nehme ich mit. Die Alge bringt uns ja auch ein bisschen Energy. So. Ich habe hier noch ein paar Slimes. Nö. Sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir zurück zur Leiter. Dann geht es in Etage 7 runter. So. Was ist das eigentlich? Copper Ohr stimmt. Ich habe so viel Zeug weggelassen. Aber ich werde jetzt, glaube ich, mal ein bisschen was futtern. Ah. So. Ja. Jetzt habe ich auch wieder einen Platz mehr. Und ich brauche auf jeden Fall fünf Copper Ohr. Das weiß ich noch. Deswegen baue ich das jetzt hier mal ab. Kriege ich auch nur Steine. Ich habe gehofft, dass hier vielleicht Kohle drin ist. Hm. Das ist echt nur Steine. Na gut, dann wenigstens Slimes. Gib mir ein paar Slimes. Oh, wieder nur Zaps. Okay. Ja, hier wird es jetzt schwieriger, einen Durchgang zu finden. Weil wir sehr, sehr viel zu... Ach, wer sagt es denn? Okay. Uh, sehr schön. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Inventar ist voll. Sepp können wir wieder wegschmeißen. Was war denn das? Ein Amethyst? So, haben wir wieder ein paar Slimes. Oh, einen guten Zeitpunkt abwarten. Ah, weg. Gut. So. Pickaxe. Ich will auch gleich mal gucken, wie weit wir jetzt sind mit den Slimes. Ah, nee, das war das Falsche. Sechs von zehn. Eine Waffe wieder, da ist der nächste Slime. So, sechs, sieben, acht. Neun. So, dann fehlt uns dann eigentlich nur noch ein Slime. So, kommt näher. Ich kann euch da nicht besiegen. Oh. Wow. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal was futtern. Ja. Ja. Okay. Äh, Schwert. Warte, ich komme rum. So, einen einzigen Schleim brauchen wir jetzt noch. Uh, Gott. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Da, da ist unser letzter Schleim. Oh, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Bloß weg hier. Okay. Sehr schön. Quest ist geschafft. So. Änder der Adventure gilt. Okay. Okay. So, ich werde jetzt aber trotzdem versuchen, mal gerade noch den Durchgang zu finden für die nächste Etage. Damit wir noch schaffen, in die zehnte zu kommen. So, ah, da haben wir es. Gut. Oh, Slime, lass mich in Ruhe. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, mit dir zu kämpfen. Oh, lass mich. Ich glaube, ich muss den erst mal besiegen. So. Was ist mit dir? Ah, da haben wir ihn doch schon. Aber jetzt haben wir hier zwei Durchgänge. In welchen gehe ich denn mal am besten rein? Oh, lass mich blöder Schleim. Gehe ich in den Vorgefertigten, oder? Ich gehe mal in den Vorgefertigten, glaube ich. Oh, cool, eine Kiste. Mit Schuhen. Toll. Kann ich die nicht gleich equippen? Oh. Ah, da sind sie. Gott sei Dank. Was mache ich denn mal? Habe ich irgendwas, was ich jetzt einfach mal gerade zu essen kann? Oh, ich glaube, ich schmeiße die Alke mal weg. Ah, nee, Moment. Schuhe hier ansetzen. Okay, dann ist gut. Dann ist gut. Ups, wir sind jetzt hier in der achten Etage, äh, zehnten Etage. Ich werde jetzt hier aber nicht weiter runter gehen, sondern, na, hier wieder hoch gehen. Beziehungsweise nicht hiermit, sondern wir verlassen jetzt einfach die Mine. So. Das ist erstmal das heutige Ziel. Gut. Jetzt kann ich den ganzen Rest auch verkaufen, beziehungsweise ich habe immer noch kein Kohle bekommen. Das ärgert mich. Ich muss mal googeln, wo ich Kohle herkriege. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann jetzt. Weil ich muss unbedingt so eine blöde, äh, äh, ähm, Heuschrecke, wollte ich gerade sagen, äh, ein Raben-Dingens da bauen. Ne, äh, wie nennt sich das denn? Oh, was ist denn hier los? Oh, was ist denn hier los? Es hat sich wie einer dieser, äh, Waschbären schon wieder, es hat sich angehört, als ob die Waschbären schon wieder zurück sind. Fildy ist irgendwie dreckige irgendwas. Ah, du bist genau zum richtigen Zeitpunkt aufgetaucht, Messie. Äh, könntest du dem alten Mann ein Gefallen tun? Könntest du rumgehen, äh, um die Ecke gehen und diese, äh, ich glaube, das ist Waschbären waren, diese, die das ja rausgeklaut haben. Und die Waschbären für mich ja schrecken. Äh, sie nerven mich, wie auch immer. Danke. Äh, geh sicher, dass sie einen guten Schrecken bekommen und nicht mehr zurückbekommen, äh, nicht mehr zurückkommen. Das habe ich damals tatsächlich nicht gehabt, diese Sequenz. Es war, ich war, es tut mir leid. Ich finde häufiger eine, äh, einige Sachen, äh, einige, achso, äh, ich finde häufig heiße, frisches Essen in diesen Tonnen. Ähm, Müll, also Zeug, was in den Müll gehen würde, nehme ich natürlich nicht. Denkst du, es ist falsch, was ich tue? Ja, ich bin abge, äh, 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 wie sagt man? Angewidert. Äh, nein, es ist eine Schande, Essen in den Müll zu schmeißen. Ja, es ist illegal, das ist Georges privater Eigentum. Nein, aber du solltest dir einen Job suchen und, äh, und die anderen aufhören zu nerven. Ich sage aber, nein, es ist eine Schande, Essen in den Müll zu schmeißen. Danke, Alisan. Äh, ich weiß, dass du ein offenherziges, eine offenherzige Person bist, beziehungsweise, äh, ja, also, äh, intelligent oder wie auch immer. Äh, mir geht es gut dabei, was ich tue. Und ich, äh, schade niemandem dabei. Du kannst nach Hause gehen. Ich verspreche dir, ich werde nicht in Georges, äh, in Georges, äh, Müll weiter rumwühlen. Du kannst ihm erzählen, dass du die, äh, Waschbären, äh, ein für alle Mal erschreckt hast oder so ähnlich. Ja, aber dort geht's weiter. Warte. Ich weiß, was du da tust, Linus. Wenn du Essen brauchst, frag mich einfach. Äh, ich möchte, dass niemand in Pelikan Town hungrig ist. Hier, ich habe einen Korb mit Zucchinis, auf Fritters weiß ich jetzt nicht, keine Früchte wahrscheinlich, keine, ja, Fruits sind ja eigentlich Früchte, aber mit Zucchinis für dich. Äh, geh einfach nur sicher, dass du sie gut in meine würzige Marinade oder Dip oder wie auch immer steckst. Los, geh schon, nimm es ruhig. Das hatte ich tatsächlich noch nicht gehabt, die Sequenz. Ab geht's heim, es ist super spät. Alisane ist müde, sie will ins Bettchen. Ach so, was hat man denn jetzt hier? Ähm, oh, ich soll acht von den Slimes killen? Oh, ich nehme das morgen an, wenn es noch da ist. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Ein Field Snack. Blöd nur, dass ich voll bin. Wir schmeißen mal das weg, Sarah. Okay. Gut. Ich werde jetzt mal nicht weiter den Müll durchwühlen, einfach, wie gesagt, weil ich voll bin und ich sonst nicht weiß, was ich mit den ganzen Sachen hier anstellen soll. So, die meisten Sachen werde ich jetzt aber erst mal wieder wegräumen. Das kann ich in die Bibliothek wiedergeben, beziehungsweise in das Museum. Okay, nicht da hin, hier hin. So, das kommt hier, das kommt rein. Das werde ich auch mal mit rein machen. Das werde ich jetzt letztendlich mal alles verkaufen. Wobei, das hier hebe ich mir vielleicht auf. So. 25 und 10 und das gibt 25 und 10. Das lasse ich noch drinnen. Den Slime werde ich wegschmeißen. Also nicht wegschmeißen, aber verkaufen. So. So. Und. Ne, Pasen hebe ich, glaube ich, noch auf. Pasen brauche ich noch. So. Dann, das werde ich morgen wieder brauchen. Und. Ja. Ich denke, das ist soweit in Ordnung. Okay. Gut. Ab ins Bettchen. Na. Morgen regnet es ja. Da brauchen wir jetzt zum Glück nicht so viel gießen mehr. Und ja, wir gehen mal schlafen. Unser Tagesabschluss. Wir bekommen durch das Forging 24 von den Zeps und 80 von den Dandelions. Und von den Slime-Dingern kriegt man insgesamt 5, also 5 pro Slime, 45 insgesamt. 149 haben wir bekommen. Und das war der neunte Tag im Frühling, Jahr Nummer 1. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also bis dahin. Ciao, ciao.